Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2226. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe das Konzept schon fertig. Du kannst es gleich korrekturlesen. Ich habe das Konzept schon fertig. Du kannst es gleich korrekturlesen. Ich bin mit den Tulpen zufrieden, aber ich würde mich mehr über Rosen freuen. Ich bin mit den Tulpen zufrieden. Aber ich würde mich mehr über Rosen freuen. Ich bin mit den Tulpen zufrieden, aber ich würde mich mehr über Rosen freuen. Hilf mir! Ich kann mich nicht mehr lange am Geländer festhalten. Hilf mir! Ich kann mich nicht mehr lange am Geländer festhalten. Ich kann nicht lesen, was auf der Verpackung steht. Ich kann nicht lesen, was auf der Verpackung steht. Die Schrift ist viel zu klein. Ich kann nicht lesen, was auf der Verpackung steht. Die Schrift ist viel zu klein. Kann ich meine Einkäufe auch mit der Kreditkarte bezahlen? Ich glaube, ich muss bald etwas abnehmen. Ich glaube, ich muss bald etwas abnehmen. Ich bin früh im Besprechungsraum. Die anderen Teilnehmer sind noch nicht eingetroffen. Ich bin früh im Besprechungsraum. Die anderen Teilnehmer sind noch nicht eingetroffen. Eine Tinktur ist ein flüssiger Extrakt aus Heilpflanzen oder aus tierischen Ausgangsstoffen. Eine Tinktur ist ein flüssiger Extrakt aus Heilpflanzen oder aus tierischen Ausgangsstoffen. Hast du schon mal ein Alphorn gesehen? Es ist ein Instrument, das in den Alpen gespielt wird. Das nächste Projekt ist dieses Einfamilienhaus. Morgen treffen wir uns aber zuerst im Bürogebäude im Gewerbepark. Morgen treffen wir uns aber zuerst im Bürogebäude im Gewerbepark. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir verstehen uns nicht nur beruflich, sondern auch privat. Wir verstehen uns nicht nur beruflich, sondern auch privat. Die Baustelle ist geräumt. Alles ist sauber. Wir haben Feierabend. Die Baustelle ist geräumt. Alles ist sauber. Wir haben Feierabend. Die Baustelle ist geräumt. Alles ist sauber. Wir haben Feierabend. Die Schmerzen an meiner Schulter sind wieder da. Die Massage hat nicht geholfen. Die Schmerzen an meiner Schulter sind wieder da. Die Massage hat nicht geholfen. Die Schmerzen an meiner Schulter sind wieder da. Die Massage hat nicht geholfen. Ich gehe heute mit meinem neuen Rucksack in die Schule. Ich gehe heute mit meinem neuen Rucksack in die Schule. Ich gehe heute mit meinem neuen Rucksack in die Schule. Der Erfolg im Beruf fühlt sich großartig an. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Der Erfolg im Beruf fühlt sich großartig an. Der Erfolg im Beruf fühlt sich großartig an. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Rucksack. Ich bin erkältet. Meine Nase läuft. Ich nehme Nasenspray. Ich bin erkältet. Meine Nase läuft. Ich nehme Nasenspray. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Weil wir in einem effizienten Team arbeiten, können wir Höchstleistungen erbringen. Der Karton ist voll. Du kannst ihn jetzt verschließen. Der Karton ist voll. Du kannst ihn jetzt verschließen. Du kannst zwar so noch nicht fliegen, aber es ist ein guter Anfang. Du kannst zwar so noch nicht fliegen, aber es ist ein guter Anfang. Du kannst zwar so noch nicht fliegen, aber es ist ein guter Anfang. Ich muss erst eine Recherche durchführen, bevor ich die Daten in die Tabelle eintragen kann. Leider kann ich mir einen Sportwagen nur als Spielzeugauto leisten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Du kannst ihn nicht mehr. Du kannst ihn nicht mehr. Du kannst ihn nicht mehr. Wer war am university? Ja, pipe ich mich nicht mehr. Du kannst ihn nicht mehr.